Es gibt wieder eine große Aktion in Tettnang im Mai. Was läuft vor allem hier nach dem Torbogen ab? Nach dem Torbogen wird die ADAC Historik, eine sehr hochwertige Oldtimer-Ausfahrt, Tettnang besuchen. Die machen einen kleinen Stopp bei uns. Das heißt, es kommen über 100 sehr hochwertige historische Fahrzeuge durch Tettnang. Wir haben eine Sprechstation aufgebaut, sodass die Besucher jedes Auto erklärt bekommen in einem kurzen Satz und verköstigt werden. Die Gartenwirtschaft sind auf, die Eisdiele sind auf, es wird tolles Wetter sein und es wird einfach ein schöner Nachmittag sein, rund um das Thema Oldtimer in Tettnang. Also wir haben am 14. Mai die ADAC Württemberg Classic bei uns in Tettnang zu Gast. Und da sind wir gerade in der Planung und freuen uns riesig darauf. Wir haben uns auch ein Rahmenprogramm drumherum überlegt. Wir werden den ganzen Mai als Historienmonat in Tettnang ausrufen. Also es wird auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung. Also in Tettnang wird auf Vallefälle wieder was los sein. Ja, wir laden alle ein, kommen zu uns nach Tettnang und verbringen einen schönen Nachmittag rund um das Thema Historie und Modern.